Herzlich willkommen im Kita-Portal Augsburg. Sie benötigen einen Platz in einer Einrichtung der Kindertagesbetreuung in Augsburg? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen in diesem Video, wie Sie Ihr Benutzerkonto erstellen können. Bevor es jedoch losgeht, möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen mitteilen. Alle Neuigkeiten erfahren Sie im Kita-Portal über Ihr Benutzerkonto. Änderungen können Sie bequem online vornehmen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Adresse, Arbeitszeiten, Wunschtermine oder Betreuungszeiten hier anpassen können. Sie können ein Kind erst ab der Geburt vormerken. Außerdem ist der Zeitraum für Vormerkungen von Januar bis Februar für einen Platz im gleichen Jahr. Auf der Kita-Portal-Startseite finden Sie oben rechts den Button Mein Konto. Wenn Sie dort draufklicken, erscheint die Option Jetzt registrieren. Klicken Sie auf Jetzt registrieren. Als nächstes öffnet sich das Fenster für E-Mail-Adresse und Passwort. Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus und setzen Sie dann das Häkchen für die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung. Im nächsten Schritt füllen Sie die angezeigte Capture im Feld darunter ein und klicken dann auf Registrieren. Jetzt haben Sie ein Benutzerkonto im Kita-Portal Augsburg angelegt. Das Benutzerkonto muss jetzt nur noch aktiviert werden. Gehen Sie in Ihr E-Mail-Postfach, öffnen Sie die E-Mail, die Sie von uns erhalten haben und klicken Sie auf den Aktivierungslink. Damit wird Ihr Konto aktiviert und Sie landen automatisch wieder auf der Kita-Portal-Seite. Jetzt sind Sie startklar. Sie können nun im Kita-Portal Augsburg nach Einrichtungen suchen und Ihr Kind direkt für einen Betreuungsplatz vormerken. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen im nächsten Video.